Hallo, herzlich willkommen heute bei der bäuerlichen Erzeugunggemeinschaft. Euer Harald Bollinger grüßt euch heute wieder aus Wolfertshausen. Heute mal unsere, zur Vorstellung, guten Zeiderwürstle, Wienerwürstle. Was Leckeres, außer unserem schwäbisch-hellischen Landschwein. Fein, lecker, beliebt bei Jung und Alt, immer wieder gut. Und leichtes Raucharoma, natürlich alles mit unseren Naturgewürzen, diese nachhaltige Aufzucht, das kennt ihr ja, wunderbar. Sind total lecker, haben wir auch einen schönen Senf natürlich dazu, einen hohen Lohr. Gibt es als Koriander oder auch als süßen Senf, kann man hier wählen. Passt also genial dazu. Danke dir Michael, hier schaut mal einen guten hohen Lohr-Senf mit einem schönen Bauernbrot und die Zeiderwürstle sind wunderbar. Kann ich nur empfehlen, wenn ihr sie wollt, kommt her oder bestellt es auf unserem Online-Stand. Schaut auf unseren Link runter und sag euch mal wunderbar. Übrigens noch dir Lutz, vielen Dank für das Video, super, klasse. Und nochmal, Daumen hoch für dich, guckt es euch an. Der Lutz hat ein tolles Video mit unserem Traumahauch gemacht. Danke euch. Also kommt her, nehmt es mit. Und ihr seht auch, Interesse auch bei den anderen ist recht groß. Ich sag euch wieder herzlichen Dank. Bis bald, bleibt gesund. Euer Haro. Ciao.